Hallihallo, hallöchen liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Dark Rising. Im letzten Part haben wir unseren Typen da links besiegt, diesen Rotschopf und auch in dem Untergrund ging ein kleines Kind gekämpft, damit es Max, den vielleicht einige noch aus der Serie kennen werden. Ähm, er hat uns zerstört. Also er hat uns wirklich zerstört. Da gibt es gar kein Drum-Rum-Rum-Reden, der hatte irgendwie was für Level 37 und 40er Pokémon. Ich weiß nicht, was der wollte eigentlich so. Keine Ahnung, haben wir den irgendwann mal ans Bein gepinkelt oder so? Da wieder kommt er gleich so krass rüber. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, ich hab dem nichts getan. Eigentlich. Egal, wir gehen da jetzt auf jeden Fall nicht mehr rein, weil es geht nämlich noch eigentlich nicht da lang. Aber ist okay. So, ja, ist okay. Äh. Es regnet, es regnet dauerhaft. Es regnet über dieses Let's Play. Es regnet nur Regen. Das ist... Oh, da steht jemand. Genau, das ist nämlich... Muss eliminieren alle. Was zum... Ist das E.ON? Ist E.ON nicht eine Firma, die Biogas? Oder was das war? Oder Biostrom? Ich hab keine Ahnung. War das nicht so ein Anbieter? Muss eliminieren. Jaja, klar. E.ON, wach mal auf. Dim, 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 dim. So, wer ist denn das? Pokémon-Trainer E.ON möchte gegen dich kämpfen. Mit einem Joltik. Das ist Level 25. Dim, 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 dim. Ich hab letztes Mal ja schon mal gegen ihn gekämpft. Und ich muss sagen, er ist echt nicht ohne. Muss man sagen, er ist echt nicht ohne. Der hat gute Pokémon bei. Er ist richtig gegen unseren Blauwurm. Weil unser Blauwurm ist ja teils Wasser. Und Elektro haut da schon ganz gut rein. Egal, ob es, ähm, jetzt groß schwach dagegen ist oder nicht. Es tut halt trotzdem weh. Und ist das nicht Kiefer, Elektro? Komm. Nö, aber es besiegt trotzdem. Also mir war's ja egal, aber... Trotzdem. Und hier fliegt so eine Fliege rum. Verpiss nicht! Geh weg! Niemand mag dich! Signalbeam ist eine Kieferattacke. Das ist uns egal! Wir hauen den Rampuls rein! Okay, ja, geht, 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 geht. Kann man so nehmen? Ich kürte ja den Drachen. Ach, einmal muss ich so wie... Oh, es tut weh. Nee, doch nicht. Ach, tut doch nicht weh. tut doch nicht weh so geht es tut doch nicht weh ja tut doch nicht weh und ich hab genau das bekommen was ich wollte eine Paralyse drauf und ich hol jetzt den Drachenpuls rein und dann ist es ganz schnell aus da muss man schon überlegen was ich da da reinfüge so Priestall Elekate da kann ich mich noch erinnern das Ding war richtig schnell aber mir egal komm aufs Gesicht ja wie gesagt das Ding ist halt scheiße schnell ist so schnell als mein Blauwurm ist halt total korrekt und ich weiß nicht wie so komischerweise DixTuri Pokémon immer so extrem laut aufnimmt weil das ist schon sehr sehr leise geschalten also wirklich sehr sehr leise geschalten aber ich muss es immer also ich muss es wirklich immer nachbearbeiten dass es halt noch leiser wird weil meine Stimme einfach nicht drüber hinweg kommt halt und oh na halt kein Donner nein okay und noch ein Drachenpuls einfach zum Ende nochmal hin weil macht einfach Schaden und jetzt das ist ja klar so hätten wir jetzt auch hätte auch eine Portion kommen können ja hätten wir dauerhaft gegen geheilt das hätte nichts gebracht wir haben ja noch andere Offensive denn Brokkoli komm Brokkoli setzt jetzt den Nachttisch ein ich hau die Eaglesamen raus so diesmal esse ich meinen Nachttisch auch Oh, 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 oh. Hure. Fick dich. Ich mach dich platt. Mir egal, was jetzt kommt. Einfach mal schön rausschlümmern, alles. So, nächste Runde ist der sowieso vollkommen gar nicht anwesend. Guckt, da muss Recharge. Jetzt gewinnen wir das. Nimm es Kalibric nach Hause. Los, komm, Brokkoli, übrigens nach Hause. Okuli bringt es nicht nach Hause. Da kommt jetzt gleich noch ein Hyper-Vo und wir sind tot. Weil wir gehen da nicht gegen. Und wir sind auch nicht schneller. Es hat natürlich einen Feuerschlag. Oh. Oh. Da muss ich husten wegen. Gewonnen. Oh, knapp. Und schwung. Äh, Headbutt. Joa. Joa, Joa. 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 Weinberg-Brandtny brauchen wir sowieso nicht. Macht sowieso keinen Schaden. Also egal. Und da ist die Blatt kann man auch doppelt so oft einsetzen. Also ist egal. Game over. Was ist hier passiert? Wo bin ich? Ja, seine Stimme hat sich geändert, indem er nicht mehr besessen war. Das ist doch bei allen so. Was ist passiert? Du warst unter einem Zauber. Ein Zauber? Guck. Das ist dieses Monster, das alle möglichen Gedanken kontrolliert von Menschen. Ich werde probieren herauszufinden, was das Ding mit mir angestellt hat. Äh. Feuchter Traum. Ist ich schon. Mein Name ist Eon. Ich bin einer der in der Omniregion. Hm. Ich weiß das schon. Wirklich? Ja, ich habe so ein paar Dänder Pokémon. Kämpfer in der Poké-Time gesehen. Du musst also felsen, ne? Jetzt mal erst, zeig dir nur Korrigon. Ich glaube, ich komme auch nicht mehr wieder. Hm. Das toll kann man dir nicht übernehmen. Ja, klar, Trainer. Ich bin... Wenn du mal Zeit hast, sonst wo zur Omniregion kommen, dann alle auskämpfen so. Voll geil. Ja, sie hat eine gute Idee an. Mache ich, nachdem ich hier fertig bin. Öch, der nervt mich einfach. Ich fand das Gespräch schon letzt... Letzt... Als bei der ersten Aufnahme, wo ich das ja... Wo ich nicht runter in die Höhle gegangen bin, fand ich das schon mega anstrengend. Aber, äh... Doppelt ist noch schlimmer. Glaubt mir, doppelt ist noch schlimmer. So, das ist... Oh, ich hasse es, wenn die dann drei Jahre lang reden. Das ist auch noch irgendwie... Schrott ist, der mich nicht interessiert. Und uns fehlt immer noch ein Pokémon bis zu sechs. Also haben wir keine sechs Pokémon. Wir brauchen auf jeden Fall später bestimmt... Nein. Oh. Äh, ich bin rausgeflitzt. Ich wollte ganz schnell raus. Ich muss die ganze Zeit auf Klo. Duh, duh, duh. Super Portion, ja. Erstmal zehn Stück rein daddeln. Wasserstein brauchen wir nicht, oder? Äh, ich hab keine Ahnung. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn für Pokémon? Ähm. Ne, wir brauchen keinen Wasserstein. Die entwickeln sich alle auch schon so. Wir brauchen keinen Stein. Hey, junger Trainer. Du hast ganz schön viele Pokémon gefangen und ganz viele Rinder, bis ich war. Darauf kannst du betten. Warst du auch ein Trainer, als du jung warst? Natürlich war ich ein. Nun gebe ich meinen... Mein... Mein Enkel-Typhoon-Ratschläge im Kämpfen. Krasse Oma. Oh, die wurden aus... Okay, ich wollte schon... Hä? Ne. Okay, ich wollte schon sagen, ich wollte schon sagen. Äh. Stöp! Äh. Wenn du auf deinem Weg zu der Landdeckhöhlen bist, werde ich dich nicht... Ich werde dich nicht stoppen. Doch da ist ein... Da ist ein... Da ist ein ganz... Da ist ein Report von ganz, ganz vielen wilden Pokémon dort. Doch ein sehr, sehr bekannter Pokémon. Ach, im Stein macht sich schon noch den Weg dahin. So sollst du auf jeden Fall... Ach so, nein, der... Ach ja, still... Ah, doch, 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 doch. Bis hierhin hat sich gespielt. Aber da hatte ich keinen Bock mehr. Weil der war zu krass. Ähm. Da oben ist Rocco. Also aus der Serie. Und der ist durchgedreht. Und ja. Der hat jetzt auch so... Äh, Mindfuck. So Brainfuck. Mann, ich wollte ihn ansprechen. Wieso? Du, so viel Zeit. So viel zu tun. Ist denn gar nichts Spannendes gerade im Fernsehen? Nö. Geh doch raus und genieß die Welt. Oh, joi, joi. Mein, oh, meine Zern ist ganz weit weggereist. Um seine ganz raren... Äh, Pokémon zu verkaufen. Du wirst mich bestimmt irgendwann vertreffen. Das ist bestimmt der Typ, der uns das Kabardor verkauft hat. Ey, warte mal. Pete? Was tust du hier? Hey, you, Mav. Ich helfe mir mit meinem Vater mit ein paar Versuchungen. Ich habe mir darüber überredet, Taifun an uns zu fordern. Leider habe ich verloren. Den Typen anzutreten ist fast schon wie eine... Eine... Eine Welle. Eine große Welle zu... So uns anzugreifen. Naja, wenigstens hast du alles gegeben, oder? Ja, genau. Du hast... Ich bereue nichts. Okay. Und jetzt mal mit seinem Dad. Ja, hey. Äh, wie... Wie geht's dir so, Mav? Lang nicht gesehen. Ich glaube, du bist schon ein ganz krasser Trainer geworden. Äh, danke. Äh, ich kann lieber nicht, als jetzt mein Vater verschwunden ist. Er sagt, er will das uns mal mal erzählen. Ja, mach mal weiter, die gute Arbeit. Du machst uns alle sehr stolz in Felstown. Genau. Mann, wieso muss ich den ganzen Husten? Was ist denn los? So, ich glaube, wir sind aber noch ein bisschen underrated für den, oder? Also, ich weiß ja nicht. D-d-d-d. Was ist ein Pokémon? Okay, dann erstmal... Erstmal die... Das Vorgeplänkel. Und dann der Rest. Wird schon. D-d-d-d-d-d. Ein Horst, jeder wird 22. Olli, komm. Olli. Olli. Du darfst mich nicht ertäuschen, Olli. Du kannst das. Komm, knirsch es durch. Oh, Olli macht richtig Schaden. Olli, haut rein. Und Olli kriegt keinen Schaden. Äh. Irgendwie bin ich halt müde. Irgendwie bin ich müde. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie bin ich heute müde. Und irgendwie weiß ich nicht, wieso ich müde bin. Ich glaube, ich habe gestern wenig geschlafen. Ich bin White Star gerade momentan. Weil White Star ist momentan ja nicht viel zu play gegangen. Und ja. Ich habe das mit ein paar Freunden angefangen. Und die Zeit vergeht dann im Endeffekt wohl doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Oder als ich denke immer. Und dann ist es fix dann schon mal ganz, ganz spät. Und dann kommt man zu spät ins Bett. Ist nicht so gut. Man sollte auf jeden Fall nicht zu viel zocken. Man sollte früh genug schlafen gehen. Nicht so wie ich. Und jetzt komm. Oh, ich kann zu sehen, wie der äh, wie der Herausforderer meinen Schüler besiegt. Ich werde dich danach besiegen. Keine Angst, mein Bruder. Ich hasse es, wenn Menschen irgendwie total so Oh, ich hasse so Menschen, die Die sich immer zu allem dazustellen Das geht gar nicht so Also, ich kann das überhaupt nicht sagen Wenn ihr so, keine Ahnung, wenn ihr so eine ganz normale Gruppe seid Und sich dann, keine Ahnung Und ihr seid, keine Ahnung Irgendwo unterwegs Mit mehreren Gruppen Und einer stellt sich die ganze Zeit zu euch Und so Und du checkst aber nicht, wieso Weil, kennst ihn ja nicht, aber Kennt ihr das? Das ist ganz komisch So, Leute, die sich einfach dazustellen Ohne irgendwie Irgendeinen Bezug auch zum Thema zu haben Die ja einfach auch gar nichts sagen Die stehen einfach nur so da, die verschränkern ihre Arme Und machen so Aber sagen dann im Endeffekt gar nichts Aber stehen halt dann da Die stehen da, also ich verstehe das Ich verstehe dann immer nicht Das Ziel, das diese Menschen verfolgen Wieso steht ihr denn dann Wieso steht ihr da? Hä? Gehört denn irgendwo anders hin? Und so? Oder Oder, keine Ahnung, hab nichts anderes zu tun Ehh Also, keine Ahnung, wenn man so nett dazukommt Und sich dann vorstellt und so Dann geht das Das ist ja okay Das ist was anderes Aber wenn man denn Ich, ich, glaub Ich kann das gar nicht leiden Die Menschen sich einfach so Irgendwie einfach irgendwo Dazustellen Keine Ahnung, ich kann das nicht leiden Weiß nicht Man sollte schon Also, auf jeden Fall Wenn man sich nicht vorstellt Dann find ich, ist es falsch Dann ist es total falsch Dann sollte man sich zu Niemanden dazustellen Außer man stellt sich vor Oder man kennt da jene Person Oder so Dann, dann so Das sind so Aber es sind halt so Punkte Die müssen halt Kriterien, die müssen erfüllt werden Und mein Garados Schlaft gerade ganz schön ein Ich, da, ich glaub Na, dadurch, dass der Drachenpuls Nicht sehr effektiv war Schätze ich mal, dass wir wirklich nur Ey, dass Garados gerade nur Wasserflug ist Und, äh, wenn wir das überleben Weiß nicht Ein Rasierblatt könnte eigentlich ganz gut Wehtun Eigentlich doch Ein Rasierblatt müsste ganz gut wehtun Auf jeden Fall, also ich mag es wie gesagt Nicht, bin sicher Das ist ganz dumm Mach das bei mir bitte nie Ich kann das nicht leiden Also Ne Wenn ihr euch immer mal seht Stellt euch nicht einfach dazu Stellt euch vor Dankeschön Und willkommen bei der Bahn Wir haben erst mal 20 Minuten Verspätung So Ich glaub nicht, dass ich den Typen da oben geklatscht krieg Ich glaub's, ich glaub's, also ich glaub's wirklich Ich glaub nicht, dass ich den Typen da oben geklatscht krieg Kriege Weil das ist so ein Ich glaub, der ist zu stark Wir probieren's Einmal, weil wir die Zeit haben Ich glaub, es ist nicht schlimm, wenn ich den Heilungsprozess überspringe, oder? Weil das ist ja das Also dieses Schwing, 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 schwing Das braucht man ja nicht immer Also das ist Ey, komm Das ist Das raubt mir den Nerv Also Ich nerf, das dauert immer so Hm, was für ein Sehr, sehr Krasses Battle Du sagst, dass ich der Nächste bin? Richtig Das ist richtig, Typhoon Ich mach dich fertig Ich lass dich untergehen Du zahlst dich an wie alle dieser Anime-Tüts, Bruder Okay Lacht sich davon bereit, weggewischt zu werden von meinen Wellen Okay, lass es uns tun Lass es uns tun, Typhoon Ey, das sieht aus wie der Daddy aus der dritten Generation Kennt doch, ihr den Kennt ihr den Den, 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 den Den, den, den von Äh Der Hauptcharakter, so Der, 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 der Fünfte Arena-Leiter, so Rein, nee Walter, nee Nee, Walter war der mit der, mit der, mit der Mit der, mit der Elektro Rainer? Keine Ahnung, wie er hieß Der, die Normal-Pokémon Und den Affen die ganze Zeit Mega cooler Typ So, Affen sind sowieso Affen sind immer Affen sind geil Dü, dü, ich hab auch, ich hitt gerne, ich hitt gerne Den, den Mankey Razav, nicht so Aber Mankey ist cool Ich weiß nicht, Mankey hat irgendwie was Aber Razav ist nicht cool Nee, Razav ist mir dann doch zu So, weil Mankey ist ja noch zu verspielt Aber Razav ist dann so richtig aggressiv Und die können ja natürlich lieb sein Aber ich finde so ein Ich, ich stell mir so ein Mankey Irgendwie entspannter vor So, Mankey ist auf jeden Fall entspannter so Das nervt dir bestimmt nicht so die Fresse raus Und wir können halt nicht wechseln Weil Skulld ist, äh Eine Feuerattacke Oder so Boah, so eine Wasserfeuer Keine Ahnung, was das war Ganz komisch Das ist irgendwie ganz komisch Skulld ist eine ganz, ganz komische Attacke Das Es ist, glaub ich, Ei Nee Nee, doch, oder es könnte Eis oder Wasser sein Ich hab keine Ahnung Ich hab echt keine Ahnung Aber ich kann auch nicht Ich kann jetzt auch nicht rein wechseln Das ist klar Ich hab nichts, worin ich rein wechseln kann Also nicht bei der Attacke Weil das, äh Alles Schwächen Alles Schwächen gegen Eis Mein Team ist eigentlich total Doof aufgebaut Weil ich nur Eisschwächen Weil ich Eisschwächen habe Ich weiß nicht, ob es eine Eisattacke ist Ich, ich, ich vermute es einfach jetzt Hm Ich, ich, ich glaube es galt mal eine Eisattacke Das kann doch eine Wasserattacke setzen Mir ist auch richtig egal Wenn es eine ist Oder wenn es keine ist Ich geb nur gern meinen Sämpf dazu Ist doch egal Heizmaul Komm KFC, du musst es tun Es regnet halt immer noch Und Regen bedeutet Dauer Doppelt Schaden von halt Dem ganzen Kack Den das Karpuzzi da auch einrichtet dann Och Jetzt sehen wir ja, ob es Wasser oder Eis ist Wasser Aber es tut halt scheiße weh Wird es krittet Das ist heftig Das ist heftig Das ist heftig Mein Brokkoli könnte richten Mein Brokkoli könnte dann richten Ich wusste halt nicht, dass Karpuzzi nicht Kampf ist Das wäre Wasser Kampf Mann Ich habe doch keine Ahnung Und ich benutze im Vergleich nie Portionen Immer nach dem Kampf Eigentlich komisch Eigentlich ist es doof Ich habe früher Portionen auch immer während dem Kampf Ich finde es irgendwie dumm Weil in der Runde kann ich doch angreifen, wenn ich schneller bin Und die Brustusten Der hat sich nicht doll angehört Aber der war mit Impuls Der war mit Impuls Äh Ja, komm Ja, das sollte jetzt nicht Alter, die kritten alle Die kritten Der kriegt halt echt alles Der kriegt halt die volle Packung Der Typ Ist halt Ist halt wahr Ist halt Ist halt echt Schnigigeilo Ist schnigigeilo Nie ey Ohne Witz Ey, ich habe nie so ein Glück Als ob ich jemals so ein Glück hätte Ein Crit Und Dann noch Äh, Verwirrung Hätte ich mich noch selbst getroffen Ich sage euch Leute Ich hätte den Ludolf gemacht So, keine Ahnung Er hat doch nicht Ich weiß nicht, wer geht Er hat auf jeden Fall Irgendwas Witziges gemacht Irgendwas Witziges hätte ich gemacht Och, nein Nein Tut ihn doch nicht selber Ja, wir können es schaffen Also wir schaffen das Mit Drachen, wir schaffen Mit unserem Blaubum schaffen wir das Und da muss ich auch immer Oh, richtig vorzüglich heilen Ist das So eine geile Sache Ich hasse es so sehr Ich hasse Paralysiertsein Paralysiertsein ist fast so schlimm Irgendwie, äh Dingens, äh Oh, Crit Der Crit ist real Ich könnte jetzt total Ach komm Ich bin Tryhard Ich Tryhard immer Komm Wenn ich jetzt nicht verwirrt werde Ja Kein Klunch Und jetzt ist es doch Ist es tot Ist es tot Ist es tot Wenn nicht Mach ich mir aber gleich doch Definitiv den, äh Ja, gut Ist tot Meine Leech-Seeds sind halt Mega, Alter Ich liebe diese Attacke Ich liebe einfach Diese Attacke Was ist das nochmal Äh Oh, nee Wieso bin ich denn so behindert Ich Attacke überlebe Nein Ich könnte jetzt probieren Er ist Teil in der Paralyse Aber ich könnte doch Ich hab genug gekauft Schöhnung Jetzt bin ich mal bedenkt Dass Oli und KFC schon tot sind In der Fassade Tut weh Ähm Ich Tryharde nicht Ich mach da jetzt Ich mach die Donner-Scheiße weg Äh Und danach heil ich mich wahrscheinlich nochmal Die Paralyse mach ich mit Genau Paralyse Jetzt mit einem Razor Lieb tot sein Wenn wir jetzt nicht sterben Ja, okay Wenn wir jetzt, äh Nicht verwirrt sind Es könnte ein One-Hit sein Es könnte ein One-Hit sein Das ist Vierfach-Schwäche Ganz knapp vom One-Hit Ich muss ja sagen Das war jetzt traurig Ganz knapp Ja, und mit Waterpulse Kriegt er uns aber nicht down Jetzt recht Wenn wir jetzt verwirrt sind Sind wir trotzdem nicht Oh, wenn wir verwirrt sind Sind wir jetzt down Nein, sind wir nicht Haha Drangekriegt Mein Lieber Nicht der Mitte mir Schlung Seismi-Toad Erstmal auschecken Was das ist Erstmal ausgauten Seismi-Toad ist doch Näh, ich hab keine Ahnung Was das ist Ich hab keine Ahnung Oh, nein Der Riesenfrosch Wusst Ich konnte Ich kann Also Ich kam echt nicht Auf das Bild Wie der aussieht Aber Ich konnt's mir irgendwie denken Wir reflashen Erst Olli Weil ich die Befürchtung hatte Dass wir eventuell Eine Runde überleben Aber nein Nein Nicht Nicht unter den Voraussetzungen Aber wir hauen Olli rein Heilen dann Dieser 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 Knosp Ja, doch Das machen wir so Es regnet halt immer noch Es regnet halt wirklich immer noch Es regnet halt immer noch Es gibt mir also Ich 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 Bisa Bisa Knosp ist wichtiger Den Wegen Leech Seeds Das ist ganz wichtig Oh, der macht so Schaden Das ist halt unmöglich Den zu ficken Ich komme halt auch nicht mal zum Angreifen Ich müsste ihn halt irgendwie Keine Ahnung Paralyse Aber darauf Ich hab keine Ahnung Lass mal sein Ich probiere jetzt mal meinen Blauwurm aus Ich gehe erstmal wirklich auf Nummer sicher Und probiere den Blauwurm aus Ich kriege schon Schaden durch die Spikes Das ist richtig Premium Äh Wir können natürlich jetzt beide Geht nicht mit Aquawellen abschießen Aber das Ich weiß nicht, ob das so Ob das Positiv hinaus drauflaufen würde Es tut halt trotzdem Arsch weh Was der für Schaden drückt Ich hab Angst, dass ich ihm jetzt gar keinen Schaden Groß Ach, das geht Das geht, wenn man bedenkt, dass seine Attacke nicht mal sehr effektiv ist Und ich hier noch sehr Glück hab, dass ich Äh Wo ich sehr, sehr Glück hab, dass ich mein Dragony gewählt habe Damals Äh, mein Tratini Weil das Wasser trieb ist teils Äh, könnte das jetzt Wird das jetzt hier ganz anders aussehen, Leute Aber ich heil mich auch erstmal Komm, Schlung Heil das erstmal weg Dum, 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 dum Ich frage mich, wer sie noch vertacken hat Wahrscheinlich die Aquawelle und so ein Kack Hydro-Pumpe könnte ich mir noch vorstellen Unter dem, bei dem Ding Na doch, Hydro-Pumpe Von Skull kann man aber auch Ich glaube, ich verbrannt werden Das ging Aber ich bin mir halt nicht sicher Kann auch was anderes sein Kann mich auch irren Und der Part hat schon wieder Überlänge Ich heil irgendwie jeden zweiten Tag Überlänge Also Weiß nicht Irgendwie Ich hoffe, jeden zweiten Tag ist was Überlänge Das ist krass Das war eigentlich nicht geplant Aber wenn der Das bringt gar nichts hin Dass ich jetzt mit einer 50er Dinge zeile Das ist doch gar nichts bei dem Ding Wollte schon sagen Ist doch nichts bei dem Ding Das hat so viel Leben Ach, ich hab immer Angst Dass das nächste Runde in der Crit kommt Und ich tot bin Äh, nein, falsch Ähm, dum, 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 dum Ich hab keine Ich hab Angst, dass es daneben gehen könnte Deshalb Wir sind nur mal sicher Und nehmen die Attacke mit mehr Genauigkeit Das Ding hat echt gut gekämpft Und wir haben es doch geschafft Das ist Das wundert mich teils Wir haben es echt geschafft Auf Andi Mit dem Team Nicht schlecht Aber dass wir ganz schön die Unterschiede haben Naja Oh So viel Du kannst den Tsunami-Orden haben, dude Wir haben den Tsunami-Orden Wir können als Pokémon 730 trainieren Wir können Kart außerhalb des Dingens benutzen Und wir kriegen seinen Favoriten TM-Aquawelle Waterpulse Hey, sag ich's nicht Es war klar, dass es das gibt Das konnte jeder Seine Pokémon konnte Die Attacke war klar Äh, ja, okay Er erzählt uns nichts Neues Er gratuliert uns jetzt dazu Dass wir die Arena Im Vergleich zu seinem Sohn geschafft haben Aber nein Wir sind natürlich, äh, total Wir sind nicht Wir haben keinen Sinn Neben seinem Sohn Sein Sohn ist viel geiler als wir Okay Leute, aber ich würd sagen Das war der erfolgreiche Report Von Pokémon Dark Rising Ich würd sagen Wir sehen uns auch dann hoffentlich Schon im nächsten Video Bis dahin, Leute Viel Spaß noch Und tschüss Tschüss